Ich bin Emily Erdbeer. Ich gehe jetzt ins Restaurant. Ins Känguru-Restaurant. Hallo Känguru! Hallo Emily Erdbeer. Willkommen in meinem Restaurant. Was möchtest du denn gerne? Ich möchte ein Kirschtörtchen und ein Croissant. Lasst uns dem Känguru helfen, ein Törtchen und ein Croissant für Emily Erdbeer zu machen. Wir beginnen mit dem Törtchen. Als erstes machen wir den Teig. Dazu brauchen wir braune Knete und gelbe Knete. Jetzt wird geknetet. Nun kommt die Knete in die Form. Noch ein bisschen. Wir müssen aber noch genug Platz für die Kirschen lassen. So, jetzt können wir es aus der Form nehmen. Unser Tortenboden kommt jetzt auf diesen Teller. Jetzt sind die Kirschen an der Reihe. Für die Kirschen brauchen wir rote Knete. Wir nehmen ein klein wenig und rollen es zu einem Ball. Hier ist unsere erste Kirsche. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, wir brauchen noch eine Kirsche. So ist es richtig. Emily Erdbeer, hier ist dein Kirschtörtchen. Und für das Croissant brauchen wir einen speziellen Teig. Hier haben wir ihn. Wir nehmen ihn aus der Dose. Mit einer Schere schneiden wir ein Stück davon ab. Das muss jetzt gut geknetet werden. Das ist Zauberknete. Sie kann ihre Farbe ändern. Je mehr ich sie knete, desto gelber wird sie. Und sie war ja orange. Jetzt drehen wir sie. Schaut mal, jetzt haben wir ein Croissant. Das müssen wir aber noch backen. Auf den Teller damit Känguru macht den Backofen auf. Mal sehen, welchen Knopf müssen wir drücken? Diesen hier, der ist für Gepäck. Das Croissant ist fertig. Das kommt jetzt auf diesen rosa Teller. Dann können wir es Emily Erdbeer servieren. Guten Appetit, Emily Erdbeer. Und hier ist der Tee. Frisch aufgebrühter Tee und heißes Wasser. Dankeschön. Schau mal, Emily Erdbeer. Dein Croissant wird wieder orange. Das ist, weil es wieder abkühlt. Jetzt wird aber gegessen. Lass es dir schmecken. Wir machen solange ein Experiment. Das ist Zauberknete aus dem Kühlschrank. Sie ist orange. Wenn wir sie ins heiße Wasser halten, wird sie gelb. Wow! Jetzt muss ich aber schnell mein Croissant essen. Danke, Känguru. Danke, Känguru. Danke, Känguru.